Blackbird 1 Mitte August Warum ging eigentlich keiner ans Telefon? Hier oben in meinem Zimmer pochten die Bässe, trotzdem hörte ich es im Erdgeschoss immer wieder klingeln. Unter dem roten, rissigen Lackleder, auf dem ich mich flätzte, rieselte und knirschte es. In der linken Naht war ein kleines Loch, aus dem, immer wenn ich mich auf den Sitzsack fallen ließ, einige der kleinen Styroporkügelchen herausgeschossen kamen, mit denen er gefüllt war. Ich feuchtete meinen Zeigefinger mit Spucker an, sammelte ein paar Kügelchen auf und schnippte sie durch die Gegend. Das dritte blieb an der Zimmerdecke kleben. Endlich. Nach dem elften Klingeln sprang ich dann doch auf, vielleicht war das Herr Bogi, der anrief. Ich rannte die Treppe runter und ging, obwohl es zu dem Apparat im Flur kürzer gewesen wäre, zudem im Wohnzimmer, also das, was bis vor kurzem noch unser Wohnzimmer gewesen war. Jetzt standen hier nur noch lauter halbgepackte Kartons rum. Mein Vater zog mit seiner neuen Freundin in irgendein Nest, in dem ich noch nicht mal tot überm Zaun hätte hängen wollen. Es war nicht wirklich am Arsch der Welt, aber man konnte ihn von da aus schon sehen. Meine Lebensgefährtin, hatte er ein bisschen verlegen gesagt, als wir uns in seinem Zimmer gegenüber gestanden hatten, und ich hatte nur gedacht, dass ich dieses Wort nicht gerne für jemanden benutzen würde, in den ich verliebt war. Einen besseren Vorschlag hatte ich allerdings auch nicht. Woher auch? Ich war 15 und gerade in niemanden verliebt. Also nicht so wie mein Vater in diese Claudia. Meine Mutter und ich wussten noch nicht, wo wir demnächst wohnen würden. Auf dem Weg zum Telefon kam ich am halbnackten Nymphensittich vorbei. Kackfresse, zischte ich ihm zu und hoffte, er würde es irgendwann mal nachplappern, anstatt mich immer nur anzuglotzen und sich die Federn auszurupfen. Ich nahm den Hörer ab und sagte nichts. Machte ich grundsätzlich nicht. Der Anrufer hatte ja schließlich unsere Nummer gewählt, dann sollte der jetzt gefälligst mal erklären, wer er war und was er wollte. Ähm, Schnellstieg. Was? Schnellstieg. Herr Schumacher? Sagte der Anrufer. Nee, hier ist Morten. Ach, ja, hallo, Morten. Ach, du bist das. Hier ist der Dieter. Was? Herr Schnellstieg. Dieter Schnellstieg. Der Vater von Manfred. Der Vater von Manfred. Bogi. Ach so. Äh, ja. Hallo. Ja. Genau. Hallo, Motte. Hallo. Das hatte jetzt ein bisschen gedauert, bis ich's kapiert hatte. Bei ihm aber auch. Bogis Vater war dran. Mit dem hatte ich noch nie telefoniert. Wenn ich Bogi angerufen hatte, war er entweder selbst drangegangen, weil er schon auf meinen Anruf gewartet hatte, oder Annette, seine dämliche Schwester, oder seine Mutter. Aber nie sein Vater. Bogi war mein bester Freund und hieß eigentlich Manfred Schnellstieg. Das sagte aber außer den Lehrern keiner. Manchmal vielleicht noch seine Eltern. Bogi hieß so, seit Udo Mönch uns vor ein paar Jahren in der großen Pause gefragt hatte, ob wir gestern Abend auch den Film mit Manfred Bogart gesehen hätten. Hä? Na, den Film, hatte Udo gesagt. Wie hieß der noch? Casablanca. Mit dem Manfred Bogart. Wir hatten uns krank gelacht und Udo Mönch, dieser Vollhorst, war stinksauer abgezogen. Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn für ein Name sein, Hamfrey? hatte er im Weggehen gekräht. Seitdem war also Manfred Schnellstieg nur noch Bogi genannt worden. Noch einen Manfred gab es auf der Schule nämlich nicht. Da konnte er sich bei seinen Eltern bedanken für seinen tollen Vornamen. Also echt, Leute. Manfred. Wahnsinn. Eigentlich hätte ja Udo Mönch nach der Nummer einen Spitznamen kriegen müssen. Und zwar nicht so einen netten wie Bogi, sondern Dummklumpen oder Flachzange. Aber der Typ war wirklich so blöd, dass einem zudem überhaupt nichts einfiel. Noch nicht mal das. Was wollte Bogis Vater eigentlich von mir? Gab's Ärger, weil er den Amselfelder gefunden hatte, den Bogi im Garten versteckt hatte? Jetzt am Wochenende war unsere Turnierfahrt, für die wir uns im Kaisers vor ein paar Tagen zwei Flaschen Rotwein geholt hatten. Ein Ausweis wollten die im Supermarkt nicht sehen, obwohl die uns ja kannten und wussten, dass wir das Zeug noch nicht kaufen durften. Amselfelder, Jugo-Wein, war der zweitbilligste gewesen. Der noch billigere war aber aus Brombeeren und Bogi hatte mal gehört, von denen bekäme man Dünnpfiff, deshalb hatten wir lieber die Finger davon gelassen. Besonders bekömmlich hat er auf der Amselfelder Flasche gestanden und ohne Stiele und Stängel gekeltert. Ich konnte mir, wenn ich ehrlich war, unter bekömmlich nichts vorstellen. Irgendwas für alte Leute anscheinend. Überhaupt, Wein aus Stängeln? Wahrscheinlich bedeutete bekömmlich auch einfach, dass man davon nicht gleich im Strahl kotzte, sondern erst später. Der haut total rein, der Blackbird-Fielder. Bogi hatte in letzter Zeit dieses Englisch-Ding und ich hatte gedacht, ja, ja, alles klar, Bogi, woher willst du denn das wissen, wenn wir das auf der Fahrt zum allerersten Mal ausprobieren wollen? Während wir telefonierten, stellte ich mir vor, wie Herr Schnellstieg jetzt bei sich zu Hause an dem alten Apparat in der Diele stand. Wie er sich verdrehte, auf seinen beigen Kortschlappen mit der zahnfleischfarbenen Sohle. Das mit der Zahnfleischfarbe konnte ich beweisen, weil Bogi und ich mal im Badezimmer der Schnellstiegs den Hausschuh von Bogis Vater zum Vergleich neben das Gebiss seiner toten Oma gehalten hatten, das da noch rumgelegen hatte. Mal sah ich Bogis Vater jetzt ganz deutlich vor mir, dann wieder nur verschwommen. Wie wenn man durch die Milchglas-Scheiben der beiden Schwingtüren guckte, die bei den Schnellstiegs den Windfang hinter der Haustür von der Diele trennten. Jedenfalls war es, wenn man in das Haus kam, erst mal so, als ob alle hinter der Scheibe Geister wären, gar keine echten Menschen oder als ob sie im Nebel standen. Erst später, wenn man zu ihnen reingegangen war, bekamen sie eine klare Form und man konnte sie voneinander unterscheiden. Ist was mit der Turnierfahrt, fragte ich. Nein, ähm, pass mal auf, der Manfred, der, äh, Bogi musste leider ins Krankenhaus, der kann nicht mit. Sogar die Schnellstiegs nannten ihren eigenen Sohn mittlerweile Bogi. Wieso denn Krankenhaus? Der war doch gestern noch in der Schule gewesen. Bis morgen hatten wir uns verabschiedet und heute war Samstag. Wir sollten nachher zu dem Fußballturnier fahren. Ich verstand kein Wort. Bist du noch da? fragte Herr Schnellstieg. Ja. Ja, die, ähm, haben da beim Manfred was gefunden, was sie jetzt mal untersuchen müssen, weil, wenn das, deshalb ist er jetzt in der Klinik, im St. Josef. Ah, St. Josef, wiederholte ich, als ob ich mich mit Krankenhäusern auskennen würde. Ah, ah, räusperte sich Bogis Vater. Petra, kannst du mal kommen? rief er dann. Ich, geb dir mal Manfreds Mutter, ja? Hallo, Motte? Jetzt war Bogis Mutter dran. Ich schluchzte. Wahnsinn. Jetzt ging diese Flännerei wieder los. Passierte mir in letzter Zeit dauernd, ohne dass ich wusste, warum. Einfach so. Ohne Stiele und Stängel gekeltert. Ja, pass auf, Motte, du musst wirklich nicht weinen. Der Manfred war doch gestern Nachmittag beim Arzt wegen der Impfung und da hat man was gefunden, wo sie jetzt im Krankenhaus mal nachgucken wollen, aber wahrscheinlich ist es gar nichts. Ich zog den Rotz hoch und sagte nichts. Frau Schnell stieg auch nicht. Wir atmeten eine Weile in unsere Telefonhörer. Bogis Opa hatte mal erzählt, die Nazis hätten gewollt, dass man statt Telefonhörer Fernsprechhandel sagte und dass der Telefonhörer sowieso gar nicht Telefonhörer hieße, sondern Handapparat. Die hatten Probleme. Dann weinte Bogis Mutter plötzlich auch, obwohl sie mir doch vor fünf Sekunden noch gesagt hatte, das müsse nicht sein. Ganz leise nur, aber ich merkte es. Wenn der andere nicht zeigen will, dass er heult, hört man das Schniefen erst recht. Was denn jetzt? Wir heulten und ich wusste noch nicht mal, weswegen genau. Die Ärzte sollten besser mal nachgucken, hatte sie gesagt. Aha. Irgendwann legte ich einfach auf. Ich ging die Treppe hoch und in mein Zimmer zurück. Jetzt hat sich gerade alles verändert, dachte ich. Nee, dachte ich nicht. Keine Ahnung, was ich wirklich dachte. Vielleicht fragte ich mich auch nur, ob auf dem Sitzsack immer noch mein Abdruck zu sehen war. Bevor ich die Tür schloss, stoppte ich kurz. Hinter mir hatte ich was gehört. Koko. Der Nymphensittich. So ein Idiot. Koko am Arsch. Ich fuhr mit dem 17er bis zum Bahnhof, stieg da in die 4 am Museum raus und von hier aus waren es dann zu Fuß nur noch 5 Minuten bis zur Klinik. Seit ein paar Tagen merkte man, dass es wieder früher dunkel wurde. In einer Woche wäre mein 16. Geburtstag und in drei Monaten Weihnachten. Den Besuchstermin hatte ich mit Bogis Mutter ausgemacht. Die anderen würden später auch noch kommen, um Bogi Hallo zu sagen. Also Walki, Detlef Walkenhorst und Jan Borowka auch. Wir könnten aber nicht so lange bleiben, hatte Frau Schnellstieg gesagt, weil Bogi wegen der Behandlung jetzt so schnell müde werden würde. Komisch war das. Bogi, mit dem ich seit Jahren fast jeden Tag verbracht hatte, war von einem Moment auf den anderen weg gewesen. Ich konnte mich eigentlich nicht daran erinnern, wie wir uns angefreundet hatten. Eines Tages war er einfach da gewesen in meinem Leben und ich in seinem und von dem Moment an hatte das keiner von uns jemals in Frage gestellt. Und jetzt konnte ich auf einmal nicht mehr mit ihm reden und bekam nur noch so komische Nachrichten von seiner Mutter ausgerichtet, dass er sich über meine Grüße sehr gefreut hätte. Sowas. Wie das klang. Bei unserem letzten Gespräch, bevor er in die Klinik gekommen war, hatten wir übers Okay, was soll's, wir hatten übers Furzen geredet. Genauer gesagt übers Furze anzünden. Bogi kannte sich damit ziemlich gut aus, ernsthaft. Er wusste zum Beispiel, dass Methan-Fürze gut brannten, Kohlen-Dioxid-Fürze, das waren die, wenn man zum Beispiel zu viel Cola getrunken hatte, aber nicht. Solche Sachen. Wir hatten ja nicht gewusst, dass es für lange Zeit unser letztes richtiges Gespräch sein würde. Dann hätten wir uns natürlich ein anderes Thema ausgesucht. Den Satz des Pythagoras, Hypotenusen, Katheten, weiß der Geier, aber so? Bogi hatte jedenfalls gerade irgendwo gelesen, dass man seine Fürze auf keinen Fall anzünden sollte, weil es einen Rückstoß geben konnte und man dann explodierte oder so. Er hatte das schon das eine oder andere Mal gemacht, also anzünden, nicht explodieren und sich nun im Nachhinein erschreckt. Andererseits im Krankenhaus lag er ja jetzt trotzdem, dachte ich. Blöder Gedanke, aber da kann man ja nichts gegen machen, wenn einem sowas durchs Hirn geistert. Jedenfalls war das ein Hobby von Bogi, hatte ich mir ja nicht ausgedacht. Er redete nun mal gerne drüber und tat es auch oft. Furzen jetzt, nicht reden. Reden auch, aber eben nicht ganz so gerne wie furzen. Ja, okay. Ist jetzt auch mal gut damit. Ich musste erst mal über die Kaiserallee rüber, was gar nicht so einfach war, weil ich keine Lust hatte, bis zur Fußgängerampel zu latschen. Die rasten hier alle lang wie nichts Gutes. Das Tempo machte die Leute verrückt. Die bretterten mit hundert Sachen durch die Stadt und hielten sich deswegen für die Größten. Sogar wenn sie, keine Ahnung, Hausmeister am Brahms-Gymnasium waren, wie Herr Schaff. Und der war nun eindeutig nicht der Größte, das konnte ich sogar beweisen. Herr Schaff hatte sich neulich einen Ledergürtel gekauft, auf dessen breiter Schnalle Chef gestanden hatte. Das musste man ja auch erstmal bringen. In den Laden gehen, den Gürtel sehen und denken, wow, super Gürtel, und dann zur Verkäuferin hin und sagen, genau diesen Gürtel mit dieser abgefahrenen Schnalle will ich haben. Das ist die Gürtelschnalle, die mir von den, was weiß ich, 107 hier am allerbesten gefällt. Noch viel besser als die mit Peace oder War oder was weiß ich. Aber Achtung, mit dieser Gürtelschnalle war Schaff dann auch noch gleich in seiner Kellerwerkstatt verschwunden und hatte mit dem Lötkolben oder dem Schweißgerät, ich hatte keine Ahnung, was man dafür brauchte, ein großes S vor den Chef gebastelt und hinten aus dem Ausrufezeichen ein zweites F, was nur halb gut gelungen war. Sodass man da jetzt Chef lesen konnte, wenn man sich ein bisschen Mühe gab, also noch nicht mal Schaff. Ziemlich trostlose Sache, das Ganze. Eigentlich guckte man aber sowieso nur knapp über seinen Hosenstall und rätselte rum, was da geschrieben stand. Aber, wichtige Frage, warum um alles in der Welt war mir das eigentlich peinlich? Konnte mir das mal einer erklären? Ihm selbst, Schaff, war es das nämlich ganz offensichtlich nicht, der stolzierte mit vorgeschobenem Becken durch die Gänge von Brahms. Die Antwort? Den Idioten war nie was peinlich. Schlagersängern übrigens auch nicht. Dusch, schaff, d阿 ... FINCH! Vielen Dank.